Hallihallo, wie geht's denn so? Ich bin's eurer Lemming-Wanz und ich heiße euch heute alle wieder. Herzlichstens Willkommen zu meinem neuesten Let's Play. Ich weiß, jetzt war eine lange, lange Pause. Ich hab, äh, ja, Urlaub gemacht, muss kann man so sagen, ja, war auch wirklich im Urlaub. Und da kam ich halt leider nicht dazu, euch Videos zu, ähm, bieten, wo ich eigentlich so sagen kann, ja, die kann ich hochladen oder nein, die kann ich nicht hochladen. Und heute befinden wir uns nicht im wunderschönen Mittelerde, auch nicht im wunderschönen Britannien oder sonst irgendwo, nein, wir befinden uns hier bei Totally Accurate Battle Simulator. Wie ihr seht, wir haben hier die Open Alpha Version. Das hat ganz, äh, offen und ehrlich, hat es damit zu tun, dass ich erstmal die Musik wollte ich nicht dabei haben, diesen Musikhintergrund. Das hat immer ein bisschen was mit den, äh, Lizenzen und so zu tun, also geistiges Eigentum, ihr versteht schon, ja, ne, da bin ich ein bisschen vorsichtig, was das anbelangt. Und, ja, ne, ähm, das ist ein, also dieses Spiel gibt's eigentlich auch schon, das ist älter als, ja, keine Ahnung, das ist älter als der, als der Witz mit dem Strauß und dem Hai, ja, hi, wo, ha, 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 ja, Leute, ne, aber hier bevor ich euch jetzt das Ohr abkauen möchte, ich euch jetzt mal zeigen, was das überhaupt für ein Spiel ist. Wir haben hier erstmal Sandbox, ich möchte einfach mal so als Beispiel was, bevor wir jetzt hier mit der Kampagne starten, könnt ihr mal sagen, ob ihr das so wollt. Ihr seht hier, hier haben wir die Map, ja, das ist die Scotland Map, ja, cool, ja, das ist eigentlich alles deutsch, aber Scotland, ja, ist ja deutsch, gell, ja, okay. Japan, okay, cool, ja, also, bitte lasst euch jetzt, bitte nicht davon, äh, irgendwie irritieren, dass das hier die Erde ist, nicht eine Scheibe, nein, nein, nein. Dänemark, mhm, mhm, schön kalt, ja, ich weiß nicht, wie es in Dänemark aussieht, kann ja sein, ne. Dann, was haben wir hier noch schön fallen, ist die Sahara. Ey, wenn man es mal genau überlegt, äh, das ist ja bei uns gerade hier so, ähm, oben, das ist ja irre heiß, bei uns ist es 37 Grad, jedenfalls bei mir zu Hause, ich hab wirklich, ich, manchmal denke ich, ich dreh durch. Bei mir ist alles zu, wirklich, ich, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es euch geht, also mir geht's riesig, also ich mag dieses Wetter überhaupt nicht, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Naja, egal, wir können jetzt nochmal hier ein bisschen umgucken, was wir hier alles so feines haben, was haben wir im MISC, MISC, Chicken Man Man, ähm, Dark Peasant, und, da war der M16, jawohl, das, aber ich glaube, ich hab eine bessere Idee, was ich jetzt hier gesehen, Trump und Hillary, und, ähm, ich möchte jetzt einfach mal auch so, ich denke, es stimmt auch um alle, obwohl, ah, komm, wir machen das jetzt noch, geht's noch nicht, wir machen jetzt erst mal ein bisschen was anderes, ähm, wir machen jetzt hier einfach mal, super viele Musketen hier, ui, das geht, oh, komm, hier noch so paar, zack, 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 wir wollen, ja, gut, komm, alles klar, und die kämpfen jetzt, gegen, eine M16, starten, jawohl, alter, der ballert die wollen weg hier, ach du scheiße, oh, ein Schuss und der war tot, alles klar, mal sehen, ob, wie viele jetzt, ähm, von hier, wenn wir jetzt, sagen wir mal, zweimal M16 reinhauen, Ohne, 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 alter, alter, die gehen voll ab, leck um you, ALLA, die schießen sich voll über den Haufen, aber trotzdem, Red Victory, wahnsinn, geil, okay, ähm, wollen wir jetzt mal zurücksetzen, hier zurücksetzen, aber keine Angst, wir machen das auf jeden Fall mit dem Trump und der Hillary, aber erst mal möchte ich hier, ähm, als Hommage an meine Geliebten, obwohl, was sind das, Headbutter, Kopfnüsse, ja geil, komm, wir machen mal ein paar Kopfnüsse hier, ganz viele, ganz viele, ganz viele, komm, wir machen mal richtig hier, schön, viele, guck mal, ja, toll, da, gut, da, geil, und dann gegen die Kreuzritter, was wir ballern, wir da rein, komm, wir machen jetzt hier ein paar Fußsoldaten, ist nicht, weil wir noch nicht so viele sein, so, komm, mit dem Rest, hier, machen wir noch ein paar Headbutter, ja, so, das ist geil, performance impact, okay, let's go, yeah, nice, alter, alter, ja, jawohl, wie das abgeht, hier, alter, wie so schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, hier, irgendwie, die Fächer sind so krank, ey, alter, okay, wir machen noch mal zurücksetzen, ihr seht ja, dass wir ein bisschen, wir machen mal ein bisschen scheiße, okay, wir machen mal ein bisschen scheiße, jetzt haben wir hier noch alles, Ninja Master, komm, wir machen jetzt mal eigentlich, wer ist besser, Ninja oder Samurai, so, was haben wir hier, alter, ich hab schon bei, ich bin schon bei 7000, kommen wir mal 8400, und, dann ist das schon eine Runde Zahl, ne, ja, machen wir jetzt mal, von der Kohle her, dass sie relativ gleich sind, ja, komm, komm, auf geht's, starten wir die Motore, alter, Junge, was ist hier los, Junge, die schmeißen voll mit so Dings hier drauf, okay, aber die, die Samurai-Meister sind schon dringend da, alle, das geht hier voll ab, hier, und, also, ich weiß ja, wo alle hier, die Samurai völlig frei mit Schaum vom Mund, und die nach hinten, ja, die schmeißen hier mit den Wurfstern, das kann ich schnell mal ins Auge gehen, oh, die gehen hier drauf, wie viel, die waren dann hier alles drauf, alter, geht die ab, ey, was müssen die denn für Masturbationsmuskeln haben, dass die hier so schnell sind, alter, oh, der ist voll durch, oh, guck dich das mal an, die arme Sau, auch, okay, zurücksetzen, okay, ja, cool, also, ich finde, also, ich finds nice, und jetzt machen wir einfach mal was, auch so, ja, ähm, etwas, Superboxer, egal, was ist ein Chicken Man, was ist ein Super Peasant, ähm, ich möchte jetzt mal kurz was gucken, wenn es euch genehm ist, ähm, wir machen jetzt mal erstmal Hillary Clinton und Donald Trump und jetzt wollen wir mal sehen ob das jetzt tatsächlich wie damals in Amerika dass Donald Trump gewinnt oder dass tatsächlich Hillary Clinton gewinnt das ist jetzt hier mal die Frage Alter was hat der die einfach mal so 2M16 mal drauf oh scheiße ich bin zu tief ich bin zu tief scheiße oh 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 alle alle die ballert die voll zurück hier und die schmeißt mit Wahlplakaten um sich auch nicht schlecht okay das ist das war ein klarer Victory für den Trump alter okay cool dann gucken wir mal was der Trump alles so aushält ähm so wenn wir hier so Chicken Man will ich jetzt mal mal 2 Stück und start ne jawohl der ballert den einfach mal überlaufen okay und das war ein Victory okay gut ich denke mal der Donald Trump der scheint ein bisschen ok zu sein mal sehen was ob jetzt hier äh ein Super Peasant den hier aufhalten könnte warte mal ich glaub ich glaub wir haben wir müssen so erstmal zurücksetzen weil ich glaub der Super Peasant der ist ich glaub du hast auch nur 10.000 maximal aber der hält den zurück Junge der schwebt ja richtig Junge was macht der mit den er vergewaltigt ihn er vergewaltigt ihn und die tanzen hier das ist geil auch nicht schlecht die und darauf habe ich mir etwas ganz geiles einfallen lassen extra für euch eigentlich und ich hoffe ihr werdet das ein bisschen alter was 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 ist denn hier los so dann gucken wir jetzt mal wer jetzt hier gewinnt nicht woher Freunde hier also mal richtig geil oder also wir haben meine Stimme hier das finde ich so geil wow what the fuck alle wir machen hier richtig ernst oh 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 wir müssen zurück wir müssen zurück oh 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 scheiße 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 oh die schießt nie bei uns wir müssen nach oben gehen hier so wir sind 10 feet higher ja ja auch aber es geht nicht ab mir mp extra für euch habe ich mir gedacht hier kommt weil ihr immer so sie müssen sich in Seiten mit habe ich mir gedacht hier kommt würde eine Abo nennen machst du einfach mal hier bisschen Helium und Aube deiner lieben Zuschauer denn es macht mir mega wichtig viel Spaß auch Alter der macht die richtige Mauern ja okay wird das heute nochmal was oder ähm I would build Yo und nobody will so aus mit Hallo ich hab's alle scheiße wir müssen jetzt hier erstmal raus Junge 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 Alter der Ball hat hier ja richtig durchgegeben ist denn der ach die sind unter der Mauer schon wieder haha Junge what the fuck ey was ist das haha ey ich hab jetzt mal wieder richtig Bock auf das Zeuge so jetzt gucken wir mal wer hat hier gewonnen also der Donald Trump der ist ja wieder raus und das ist ein Blue Victory ich fasse es nicht aber er riecht am Boden hier leckt wie um Emily ich darf hier nicht wo er sei haha Junge der hat gegen ne Zehtausender gewonnen und er ist nur 2000 wert ist auch nicht schlecht oder hui Alter Leute also ähm ich denke jetzt sind wir auch aber schon bei einer guten Zeit so und ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr hattet euren Spaß bei dem Video ich auf jeden Fall schon besonders als ich hier die Helium Kanone raus geholt hab das werde ich jetzt bei vielen vielen Videos auch weitermachen und ich hoffe ihr habt noch einen super geilen Tag genießt auch auf jeden Fall das Wetter und natürlich genießt nicht vergessen genießt die Lemmingwanse guckt immer bis zum Ende ja oh ne lasst ein Like und ein Abo da und natürlich hier schön kommentieren 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 wenn es euch den gefallen hat nicht wahr eure Lemmingwanse verabschiedet sich hiermit und bis zum nächsten mal haut da rein blätter dabei bis zum nächsten mal tschau